Wir sind schon im Konsolenbereich, denn dort wartet Colin Gable, der möchte unbedingt noch eine Menge von seinem Spiel vorstellen. Dragon Blade Wrath of Fire. Ja, und das ist vor allem so schade, weil das Gothic-Draht, das sieht ja schon richtig gut aus. Es sieht teilweise echt richtig gut aus. Das habe ich mir auch gedacht, als er sich zum Dinosaurier da verwandelt hat. Das sah geil aus, aber ich finde diese anderen Stellen mit dieser Höhle, das finde ich eine absolute Frechheit. Ja, aber aber der Rest ist ja ja. Finde ich zu Recht, dass da durchaus abgestraft wird. Und mir hat es persönlich zu viele Pop-Ups. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, dass in drei Jahren später wird das Ganze kein Problem mehr. Aber es sieht als solches sehr schön aus. Eine Pop-Up gibt es bei diesem Spiel in dem Sinne nicht. Bei Dragon Blade Wrath of Fire sind die Gegner aus dem Nichts. Ja, genau. Die haben aber auch kein Problem damit, das gehört ja zu deren speziellen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was mit der Christiane los ist. Die hat schon wieder in ihrem versauten Kopf, da hört die irgendwas von Poppen und schon lacht die wieder. Ich habe gedacht, du machst wieder einen Poppenwitz. Ich habe nur darauf gewartet bei Pop-Up und Pop-In, aber er kam nicht. Ich musste trotzdem grinsen, weil ich dachte, er würde kommen. Das ist eine, ich bin nicht so vorhersehbar, Kindchen. Nein, ich weiß nicht. Das können wir nochmal one-on-one besprechen. Sehr gut. Mach das, aber vorher habe ich noch ein kleines one-on-one-Meeting mit Yagira. Das ist nämlich quasi einer der... Das muss man sagen, ist die hässliche Schwester von Taki. Ach, jetzt kommt diese Quick-Time-Sache. Wenn man natürlich weiß, was passiert, ist es nicht mehr ganz so dramatisch. Aber ich bin direkt draufgegangen, habe es aber nicht gewusst. Und danach muss man halt quasi wieder ihm eine gewisse Energie abziehen. Finde ich gut, das ist wie bei Psycho, dem Film. Das ist auch ganz nett gemacht, aber das ist jetzt die... Unglaublich. Yagira besiegt. So, jetzt bis zum nächsten Instagram. Fünf von diesen Drachen gibt es an der Zahl und dann ist die Klinge komplett. Und dann ist... Funcoin! Quick-Terminant! Drückt Z! Schüttel! Schüttel! Verdammt! Fuck!